neues spiel neues glück mit planet express ich glaube das rotkäppchen ist kein anfänger ja hier rotkäppchen ja aber rote kleidung bei pubg ist echt extrem auffällig vor allem wenn du hinter dem bus steckt das sieht man echt voll weit ich bin ich bin black ich war für schule können wir können dahin gehen habt ihr gestern das dinge sehen das polar licht ein foto um eins gemacht oder so er kennt aber es hat man auch mal also schluss glaube ich so um zehn elf gesehen auch ja ich habe eigentlich auch also ich wollte eigentlich was ich glaube sagt wir sind alleine den mache ich den mache ich das wird mein vorsichtsläger ich weiß das ist glaubt nächsten drohen kippen bei mir unten ist bei mir im haus hier unten drin direkt drei rucksack ist bei mir im haus unten drin ok soweit ich richtig gesehen habe da ist hier ist einer ich habe einen nok aber hier sind noch welche ja das sind überall welche da hinten ist einer markiert bitte die gegner dauer mark schießt die ganze zeit mit ich hinter dem haus muss irgendwo einer rum rumgammeln ich habe nichts anderes ok sind noch welche da da was tut rechts ich ja alles schießen überall welche was geht alles in ordnung ich schießt nicht ich schieß nicht das bin ich nicht ich schieß nicht ich habe gar nichts ich muss das looten jungs ich los schon die ganze zeit akm reinet reinet und schon habe ich wenn du mir eine bälle findest kriegst die ak direkt vor nein bär oder ace oder nehmen 24 braucht hier irgendwo wer verschießt da braucht die unterstützung ich war keine ahnung wo dieser uzi typ ist lila hat glaubt sie okay das ist wahrscheinlich direkt bei blau ich glaube mit der handgranate in der hand muss es hier schon unten drin in dem turmchen blaue mark ich lasse bis hier rüber mache ich bis zur ordnung signal pistole signal pistole aber die zündlich erst im in der zone sind aha braucht jemand erweitertes magazin für dings für ich habe ein vierer scope hier lila falls du brauchst hier lege ich den schrieg wie sie übernett ende ich habe ich was passiert wenn man mit lila aufgibt wir haben schon zwei panzer auf dem server zwei panzer server die wundervoll lila da ist sogar mein ganzes gerümpel dran an der arke immer noch die liegt immer noch wie sie ich brauche es dann kommt ja hier liegt haufenweise es kommt von oben und da können wir jetzt habe ich zumindest schon mal eine mini hier ist es der typ mit der uc auch da oben der typ mit der uc hat sich verkrochen das sind alles das waren alle spots weißt du noch ungefähr wo die akm war hier zu mir genau bei mir da 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 stopp stopp hier 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 guck lauf da rein das sind zwei stück ich überlege wir bräuchten auto ich könnte panzer holen 24 aber ich will es lieber nach auf dem flug und 20 habe ich schon ich bin für ausgerüstet ich brauche noch nur noch kommt dann oder irgendwie sowas für charlie wäre schön ich habe ja auch nur ich habe hier auto ich habe hier ich habe hier ein auto ich hole ich habe markiert mal einer von euch wo wir hin sollen ich würde irgendwie hier so über die brücke versuchen zu fahren und dann wohin vielleicht hier ja können wir dann kann ich schön dann kann ich schön ich bin ich bin das ja ich bin das ja stimmt immer noch eins ich habe hier das ja selber kommt ja ich ich darf mal mit was hast du für den scope ich ja was hast du vorhin ich habe sechser wenn du acht hast würde ich tauschen würde ich machen wir machen wir machen parmigiani wir sehen uns okay fahre ich mit lila vorher ich war ich war du bist fahren es wird nicht in der ruhe ich habe gelernt habe ich verschluckt sorry ich wechsle ich zwischen schreck wie sie und nicht schreck wie sie alt und alt und ich bin ich in die ländewagen okay was wenn du bist ganz ruhig äh komm geländewagen ja dann nimmt du wacke sich fertig hin und dann kannst du dein geländewagen nämlich nicht ich fahr wir fahren wir fahren zurzeit drüben ja oder marken vorsicht vor uns ja da steht einer halt an halt an oder oder also ja das ist gut wo ist der schnippe da ist noch eine oder marken im haus ist auch noch einer glaube ich im haus ist auch noch einer mein auto hängt verschießt ich räume hier gerade auf gegner ist noch ich weiß noch ein gegner sehen nicht ich jetzt erledigt ich gehe hoch wir kommen wir haben die gegner heute erledigt ich gehe noch kurz hier oben aufräumen der eine gegner hängt in der türe ich weiß noch unsere zwei buggys das war doch immer so lustig was war das ein schuss also wenn jemand medis stuff oder irgendwas braucht hier liegt noch etliche ist viele piloten hier noch schön da ich bleib hier mal mit dem feld mit dem motorrad hier oben scheint sauber zu sein ja ich komme zu dir lila ich habe die leiche nicht gefunden wo war der da wir fahren wir fahren irgendwo auf den berg eigentlich können wir darüber laufen ganz ehrlich da wo meine marke ist von weder schüsse von irgendwo her hier hier bei mir siehst du hier bei mir hast du ihn ne der ist hier in dem stein stopp 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 hier hier wird er am wenigsten getroffen wir sind allein hier oder ja wir waren zwei dann kommen auf geht's wir müssen die zone ja ich habe da vorne mein auto ja sehen uns dann kann man mich kann man nicht so schnell entdecken das war sie nicht lila das war sie nicht ja weiß nicht dass du dein auto geparkt auf der leitplanke das wird nicht machen da ist schon noch ein stück kompender ja ich habe nur ein schali gefunden für ar deshalb wollte ich den noch mitnehmen einander kommen wir mal stehen mal in die zone rein aber langsam und vorsichtig habt ihr eure parmigiano mitgenommen ja ja die ist hier oben aber weiß nicht ich habe es sehr gut geparkt links von uns ballarts hier warte wenn man hier runter liegt ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe markier doch mal wenn du ihn siehst das war gerade da hinten schweckt eine schweck lea förderung sorry bänder dass ich dir den kill geklaut habe gegner sind auf jeden fall nördlich von uns habe ich es schießen hören der schießt überall vorsicht sind hier unten noch welche da unten muss es voll abgehen wartet kurz war einer von euch hier in der hütte drin ne ich glaube wir brauchen ein auto leute smoke smoke unten an der halle hallo das habe ich doch schon gesagt oh ok wer schießt ich mach platten ich schieß platten ich schieß platten bei buggy die fahren weg die fahren weg die fahren weg die fahren weg oh nice wir hatten da getroffen oh shit das schießt der auf uns was ist dabei orange hallo bei orange ist nichts bisschen weg sind die hin da hinten ok da hinten ganz hinten weg lassen wir lassen wir in die zone pushen ja ich nehme mit ja ja ich wollte in deutsche weiß ich kann nicht gegner mehr es gibt es gar nicht ich kann ja in der zone signalpistole schießen die habe ich ja auch noch du kannst ja entweder in der zone oder außerhalb der zone ist sogar dann der panzer innerhalb der außerhalb kriegt man panzer und innerhalb kriegt man so eine art so eine art rote kiste ja aber ich weiß nicht ich glaube ich also ich glaube ich nehme die kiste das ist die ducati da hinten laufen gegner bei blau warte kurz da läuft hier den buckel hoch wenn du nicht ich sehe ich sehe nicht ich sehe nicht ja ich sehe nicht ich sehe ichhole nicht ich sehe nicht er war und er ist er genau bei meinem marker er läuft hoch und runter ist ein bot ja ich sehe nicht Knapp daneben sehen 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 wieder hoch okay wir kriegen panzer verdammt jetzt nicht so schlecht was ich nicht verstehst du sie nicht da hoch hit in der baum direkt vor mir weg noch ein leben das heißt hier der eine bot da oben gelebt immer noch ja gott wird okay was wusste panzer gelandet der kam gerade eine kiste da kam gerade drei fallschirme runter irgendwo hier muss mein panzer stehen haben wir jetzt ein panzer verloren mehr doch ich habe ihn habe ihn habe ihn habe ihn ich dachte schon ich dachte schon lila vor sich da unten waren vor allem gerade noch wo ich als zumindest eine runde rumgestanden ja ja aber das ist das schöne sound der schöne v8 biturbo der zieht ja das ding kann man gar nicht mal bremsen bender macht's bitte nicht kaputt wir brauchen vielleicht schluss ich weiß ich habe im notfall auf der reserve bin dabei ja noch benzin dabei für den notfall wir müssen den buckel hoch was du im panzer drin ja lasst uns den buckel hochgehen oder hochfahren wie hast du den genug zollberg mit faust oder was kommt das lassen wir rein marschieren alle meinen panzer rein oder ist doch besser als mein panzer mir wurscht ihr könnt ich bin schon ganz weit weg ich bin schon fast an der wo ist lila ich glaube da oben sind welche ja das denke ich auch weil ich das schlüsse direkt vor uns sind wir hier 320 ich muss zeitlich hochfahren wie wird der bot ja deswegen die haben wir jetzt einen auffälligen panzer ach komm jetzt entspannen nicht entspannt geht erst wenn ich mein früh wenn es mein wenn es frühstück gibt und es wäre halt ein resttag am spieß wo sind die kassler da unten hat sie ganze zeit geballert ja da ballert immer noch ich mag hier haben noch links ist noch ein irgendwo ist auch von irgendwo so welche ja genau hier wurde gerade einer genockt hier unten wurde ein genockt ja ja mit einem 24 ich glaube das heißt es sieht uns wer ist bei roda mag ich glaube das bringt bleibt eine irgendwie bei dem panzer das wieder nur irgendwie behalten ich renne zurück bis hier ich bin der panzer außen wir hätten fast den panzer verloren da ist der gegner gegnerisches team gegnerisches team bei meinem marker und dann sind sie ok das sind das sind profis das sind profis pass auf die hat nicht abge ausgenommen die kommen zu mir die kommen zu mir oh mein das gegnerische team ist genau da die hier unten krabbelten oh fuck lea ist weg ey die sind da hinten da ok markiert mal die gegner sind da hinten ok ich tue sie bisher mit mit dings stressen ja die sind zwei fahr sie einfach markier und überfahren sind beide hier da wo es brennt hier ist ein smoke hier ist ein smoke wo sind die keine ahnung überfahren die doch ja geht nicht wenn sie hinter dem baum stehen kann ich sie nicht überfahren habe ich da oben sind welche ja an meinem marker war gerade einer direkt bei mir am panzer sind drei stück ok alles klar wie viel hp hat der panzer noch halbe die schießen voll auf den panzer ja alles klar ich pushe ich pushe ich pushe ich pushe ersten genockt nächster weg ja oh mein gott leute das war ein hartes jetzt muss man links mit dem panzer